du kannst jetzt zur world academy in nord tokyo gehen nice was habe ich jetzt bekommen habe ich neue trikots bekommen nö inventar ausrüstung habe wahrscheinlich etwas neues bekommen ich habe jetzt gerade nicht gelesen wildnisstollen ok jetzt blicke ich gerade nicht mehr durch wie viele parts ich habe aber ich denke mal ich mache noch mal ein spiel und dann war es das ich weiß nicht wie lange dieser part jetzt gedauert hat oh die power rangers sind da hallo ich dachte schon krieg ja panik das da jetzt nicht rein geht das wäre jetzt was gewesen royal academy ich glaube ich muss jetzt erstmal trainieren mit den leuten auch den tollhütern ein bisschen trainieren das dauert auch so eine zeit ach so danke für den ball so was haben wir denn noch ich muss mich gerade überlegen ich muss mich gerade überlegen sollstasten die kriegt er natürlich Jujab kriegt die. Ist hier irgendwie noch was? Ach! Ja, ist das. Okay. Sollen wir zum Abschluss gegen die All Academy spielen? Was haltet ihr davon? Witzig, ne? Ich würde sagen, ja. Komme ich da rein? Achso, geht gar nicht. Ja, zum Abschluss würde ich sagen, spielen wir gegen sie. Und dann sollten das doch einige... Sind jetzt viele Spiele gekommen. Ist ja auch mal nett, dass wir das jetzt auch mal nach und nach auch mal machen. Und dann können wir beim nächsten Mal weitermachen. Wir spielen aber mit dem Story-Team. Den Drahtlust-Team wird wahrscheinlich viel zu schwach sein für die. Let's go! Inazuma Japan vs. Royal Academy Redux wird es wahrscheinlich auch noch geben. So, da haben wir Sharp, Hedge, Samford, King. King hätte ich gerne als Torhüter. Weil der gefällt mir richtig. Okay. ähm... Ja, soll... Ja, super. Beide haben doch fast die gleichen Farben wieder mal... einen Platz. So, Meteor-Klinge. Hier hätte ich was Weißes anziehen müssen. King... Kommt. Ah! Der hat die Attacke schon? Er hat schon die Attacke? Ist das jetzt meine, oder? Deren. Ich blick da nicht durch. Weil wir beide faszidentliche Trikots anhaben. Farblich. Das ist... Oh, das ist kacke jetzt. Willi. Foul. So. Komm. Austin. Zurückpassen. Einfach nur draufschießen. Vielleicht droppe ich somit seine TP. Ja! Boah, Experte. Hm, das sieht schon mal gut aus. Aber... Komme ich durch? Nein, ne? Oh, doch komme ich. Wir schießen jetzt nochmal. Ob ich jetzt durchkomme, ist eine andere Frage. Aber er macht noch mal Bau-Experte. Das ist super gut. Er konnte ihn tatsächlich noch einmal nutzen. Das heißt, King ist schon mal... Wehrlos. Das heißt, ich kann eigentlich mit dem... Dingensball... Kontern. Der Dusch-Sprecher kommt durch. Ist okay. Somit droppen wir auch seine TP. Ist eigentlich immer das Beste. So. King ist noch nicht ausgewechselt. Wir schießen drauf. Power-Surfer. Ah, ich habe das Gefühl, dass er abgeblockt werden könnte. Aber ist okay. Das war die Eins. Das war die Eins. Ich liebe solche Schüsse, ganz ehrlich. So, abblocken. Easy peasy. Jetzt wird es heiß. Okay. Durham, laufe einfach mal weiter. Ist das jetzt unser? Ja, das ist unser. Ich blicke da manchmal nicht durch. Der Superstampfer... Kommt durch. Ach. Der Gegner ist schon Jujab. Öhm. Der Wim? Der Wim? Wird gerade sagen. Come on. Salto-Bombe. Kommt durch. Das ist geil. Ja, Durham. Let's go. Komm. Ein Tor will ich mit ihm machen. jetzt aber und jetzt kommt der Schlammball von ihm und den hält King nicht, da er keine TP mehr hat das war die 2 aber Dummer hat keine TP mehr so, Samford gegen Samford David gewinnt so, das geht doch schon mal in der richtigen Richtung 2-0 für mich na, was macht der denn da ja, Kombischuss deswegen mag ich mags neue Attacke die wir noch gar nicht gesehen haben Faust des Zorns Tor die Royal Academy verliert nicht what Faust des Zorns hat kein Kombischuss abge was why ein Kombischuss ist gar nicht so stark warum wieso hat er nichtmals gehalten das ist ja echt peinlich für wieso rennst du denn vor ihm weg Alter, warum ist ein Jujab hier gerade so scheiße stark what the hell was sieht der aus so, Kaiser Pinguin ja, Kaiser Pinguin ich glaube es wird sogar geblockt aber wird geschwächt oder was warum der ist doch immerhin ging es daneben oder Art gehalten aber trotzdem wie peinlich ist das denn bitte das der Schuss einfach ach also dass die Schüsse so stark sind wieder zu uns ich ich weiß es nicht ich sehe da keinen Unterschied wieso haben die nicht das Zwei-Trikot King wurde jetzt ausgetauscht die Schüsse mit habe ich das mich kann es ok 2 ich hab schon mal verschwendet scheiß drauf drauf powersurfer die schnurzen volle ja kann doch nicht angehen was hat er kraftschild meine güte er ist ernsthaft so zackling naja illusionsball ist ok jetzt bist du auch tp los super stampfer kann auch nicht mehr so oft einsetzen ich glaube letzte mal ich glaube ja aber heißen faser habe ich ja noch so durchsetzen so läuft läuft feuerspur schade erdbeben ist wohl stärker das ist meiner hallo was war das denn jetzt halt den auf findenball hier sind zwei juts ich weiß nicht wer wer gehört egal wir haben trotzdem gewonnen gegen die world academy ähm ja trikots waren jetzt nicht so schlau die zu nehmen hm keiner blinkt schade ah ok das waren die letzten aus dieser reihe das heißt ich muss gegen die antreten dann die und die das heißt kriegen wir auch noch alles hin dass ich die auf S-Rang noch kriege ja ähm dabei belassen wir es jetzt und werden dann beim nächsten mal äh laikot weitermachen dass wir in der story weitermachen ich würde wahrscheinlich mit mit den anderen team mal ähm wohl trainieren zumindest zu den torhüter irgendwie keine ahnung upgraden könnte mal ein paar spiele machen aber mark hat mich jetzt gerade gegen world academy sehr sehr enttäuscht dass seine neueste attacke ähm so schwach war gegen die gegen die kaiser pinguin 2 und gegen den kombi schuss also das hat mich echt enttäuscht gut aber wenn es euch trotzdem gefallen hat dann lasst es mich wissen mit dem däumchen nach oben wenn ihr nichts verpassen wollt dann könnt ihr auch gerne ein abo da lassen ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal wieder das war es für diese woche mit inner summe elevenen 3 kettemlitz also bis dann um 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 Untertitelung des ZDF, 2020